Ich bin Marie-Luise, ich bin Marie, ich bin Till, ich bin Paula und ich bin Bastian. Wir sind die Film AG und begleiten heute den UNESCO-Projekttag des Thomas-Moos-Gymnasiums, in dem wir verschiedene Gruppen, die unterschiedliche Aufgaben haben, begleiten. Und da könnt ihr euch hinschneiden. Neben mir sitzt Helen. Helen, erzähl uns doch einfach mal, was ihr hier macht. Ja, also wir sind heute hier im Projekt und machen was zum Thema Kinderarbeit. Und jetzt sind die Schüler alle dabei, sich gegenseitig ein Interview zu stellen. Wie stehst du zu dem Thema Kinderarbeit? Ja, also ich finde es okay, dass Kinder auch schon arbeiten dürfen oder halt auch Geld bekommen können. Aber manche Kinder, zum Beispiel in Indien, die arbeiten ja sehr, sehr hart und bekommen dafür kein Geld. Das finde ich dann nicht so gerecht. Also ich finde, das sollte man halt nicht machen, dass Kinder arbeiten müssen. Einerseits ist es halt nötig für die Familien, weil die sonst kein Geld bekommen und von den Kindern abhängig sind. Aber andererseits kann es halt Schäden für die Kinder tragen. Wir weben gerade Teppiche, um diese Kinderarbeit nachzustellen. Dose, schäden wir die Kinderarbeit nachzustellen. Dose, schäden wir. Wir weiden Sie. Dose, schäden wir. 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 Ja, wir haben hier gerade den UNESCO-Projekttag und da malen wir und basteln ein wenig. Es geht darum, über Ausländer, über Flüchtlinge, alles Mögliche, über Rassismus. Was macht ihr hier? Wir drucken alte Flugblätter. Worum gehen diese Sprüche hier? Dass alle gleichberechtigt werden, egal ob Mann oder Frau oder jung oder alt und dass sie alle die gleichen Rechte in der Welt haben. Untertitelung des ZDF, 2020